Moin und willkommen bei IMPTV. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar um den neuen Alien-Film. Auf der Fülle. Ich muss zugeben, ich bin ein Alien-Fan seit meiner ersten Stunde. Ich habe den ersten Alien-Film mit drei, vier Jahren gesehen. Mein Bruder hat den mir gezeigt. Ich konnte wochenlang nicht schlafen. Deswegen ist mir dieser Film sehr gut in Erinnerung geblieben und ich fand den damals zwar mega gruselig, mittlerweile aber super geil. Bald kommt der achte Teil der Alien-Saga in die deutschen Kinos. Ich bin mega gespannt, denn das Prequel mit Prometheus fand ich super geil. Ich dachte, ich habe mich über den Film gar nicht informiert, bin da einfach reingegangen, fand ich so oder so schon cool. Und dann der Moment, wo plötzlich das Alien auftaucht. Bombe. Heute habe ich für euch ein paar Merchandise-Produkte dabei, damit ihr die Zeit bis zum Release perfekt überbrücken könnt. Und wie ihr unter anderem sehen könnt, habe ich mich in meinen feinsten Zwirn geworfen. Ich habe mir ein paar Shirts reingeguckt und habe mir einfach drei ausgesucht mit den klassischen Alien-Motiven. Ist er nicht süß, wenn er sabbert? Beides sind Motive aus dem zweiten Teil, aus dem Aliens-Film. Finde ich ganz cool und klassisch. Wobei auch das neue Design, wie gesagt, habe ich mir extra heute für euch angezogen. Fand ich super geil. Bin voll zufrieden damit. Was noch viel cooler ist, es gibt mittlerweile auch Alien-Funko-Pops. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie schnell die Firma Funko auf solche Sachen reagiert und einfach mal super schnell neue Figuren herstellt. Einmal klar das klassische Alien, wie wir es kennen. Super süß. Und natürlich die Hauptfigur, Alan Ripley. Knuffig getroffen, mit einem süßen Gewehr und einer kleinen süßen Schramme. Toll. War insgesamt coole Funkos und ganz ehrlich, so cool wie die gemacht ist, wäre sogar der Giga stolz. So Leute, und weil ich heute richtig geile Laune habe, werden wir auch diese beiden Shirts heute verlosen. Und dafür müsst ihr mir folgende Frage beantworten. Was ist euer Lieblingszitat aus den ganzen Alien-Filmen? Schreibt das in die Kommentare und das beliebteste Kommentar gewinnt diese beiden Shirts. Ansonsten findet ihr alle Merchandise-Produkte zum Thema Alien und anderen Themen auf emp.de. Gebt uns ein Like, abonniert den Kanal, weitere Videos findet ihr dort. Ich bin Oben Outsch, hier ist euer Pilipoo.